Hallo zusammen und jetzt willkommen zurück zu Let's Play Anomaly Wars on Earth. Wir sind in Mission Nummer 11, die Radarstation. Um mehr Informationen über feindliche Aktivitäten innerhalb der Anomaly zu sammeln, müssen wir die japanische Radarstation nahe der Absturzstelle des Alien-Schiffs zurück erobern. Sobald wir die Daten gesammelt haben, wird Professor Sharp uns dabei helfen sie zu analysieren. Bin ich doch mal mehr als gespannt. Sobald wir die R&R haben, wenn das war über. Wir haben immer noch was zu tun, um zu machen. Hör auf, Leute. Ihr Hauptziel ist, um zu kommen zum Airport zu kommen und zu kontrollieren. Professor Sharp wird dich in. Die Stadion muss uns ermöglichen, was passiert unter der Anomalyse passiert. Die Daten, die wir finden, können nicht mehr in mir helfen, mit meiner Analyse zu helfen. Die Daten sind nicht mehr in uns, Professor. 14, Sie wissen, was zu machen. Eine weitere Sache, General. Ich habe eine neue Analyse zu finden, unter der Analyse zu verabschieden. Sieht es, eine Art von Energie zu verabschieden. Es ist eine Art von Spekulation, Professor. Es gibt keine Chance, dass wir das sicher sein können. Die Maschinen werden immer mehr in der Analyse zu verabschieden. Ich würde die Analyse zu verabschieden, General. Nein? Notiert, Professor. Aber es gibt keine Zeit, um zu verabschieden. Recon die Analyse 14. Hier ist dein Startpunkt. Und erinnert, schau deine Augen offen. Okay, dann werden wir mal gucken. 300. Ich isch nicht viel. 1, 2, da kann ich nicht so viel machen. Machen wir mal ein Apex. Boah. Nicht gerade. Sollen wir da einen Apex einfach nur machen? Warum nicht? Komm, was soll's? Wir probieren's mal mit denen hier aus. Passt schon. Mehr als schiefgehen kann es ja schließlich nicht. Bitteschön. Und ein bisschen nach vorne gehen. 14. Es ist deine Augen in den Skogen. Anliegen Sektor Charlie 5. Ganker Dinner. Über und aus. Vielen Dank dafür. Das kann ich doch immer recht gut gebrauchen. Hast du das gesehen? Das neue Team kann mit einer Art von Lippen. Find' Cover jetzt! Nach diesen Gebäuden. Naja, nur keine Panik. Nur keine Panik. Nur keine Panik. Alles läuft gut. Alles läuft gut. Momentan zumindest. Momentan. So. Sagt man nämlich. Hier hätte ich gerne einen Smokescreen. Und dann schießt bitte bis zum Umfallen. Soviel wie ihr nur schießen könnt. Dankeschön fürs Erste. Dankeschön fürs Zweite. Dann bin ich einmal hier. Ach, nur für meine Combat-Sachen. Der ist es natürlich scheiße. Puh. Okay. Okay. Das ist natürlich nicht gut. Ist nicht gut. Herr Professor Sharp und ich haben einen neuen Plan, um mit diesen Tinkans zu beschäftigen. Okay, dann Moment. Kann man das machen? Nein, das bringt auch nichts. Das bringt auch rein gar nichts, wie es ausschaut. Hey, wo ist unser Bucko? Backup. Ist schon am machen. Ist schon alles dabei. Es ist schon alles dabei. Okay, noch einmal Reparaturteam. Einmal Reparaturteam bitte. Hell ja! Okay, jetzt da drunter war alles. Na, danke auch fürs Gespräch. Nein, 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 nein. Ich möchte auch nur reparieren. Ich möchte nur reparieren. Mist, Dinger hier, Elendige. Ich glaube ich spinn. Schießt das Ding weg. Das Ding hätte ich vorher gebraucht, aber sowas von. Das Ding hätte ich vorher gebraucht, aber sowas von. Hm. Was sind unsere Optionen? Schau dir hinter den Obstaklen und die Schleifung der Schleifung der Schleifung. Das scheint unser bestes Beton zu sein. Wir sollten auch unsere Spiele für die Schleifung der Schleifung der Schleifung mehr aufschauen. Schau dir, Leute. Geh' vor allem, was du finden kannst. Und versuch' die Schleifung der Schleifung der Schleifung. Und schau dir die Schleifung der Schleifung. Wir wollen nicht, dass diese Schleifungen die Schleifungen auf uns aufhören. Okay. Heißt. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wo wir dann so zwei Kinnplätze sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel dahin gehen. Hier. Wenn wir uns hier zum Beispiel machen, dürfte uns nichts passieren. Boah. Müssen wir auch noch nachdenken im Kampf. Ich glaube ich spinn. Okay. Wenn, dann möchten wir hier rumfahren. Hier rumfahren. So, bevor wir wieder nach oben gehen. Und den nach hinten lassen wir einfach mal weg. Denn warum nicht? Wir müssen ja schließlich nicht alles mitnehmen. So. Wir können so ein bisschen upgraden. Oder wir könnten uns ein Schild noch leisten. Und ich glaube. Das machen wir noch. Ein Schild noch hinsetzen. Warum nicht? Passt. Sieht's passt unter Luft. Ja. Dann bitte. Ach man. Das war zu viel. Ja. War zu fies. Gut. Wie es ausschaut. Warum zum Henker kannt ihr so weit sie zappen? Nobatur-Team. Dankeschön. Ja. Das war jetzt ein bisschen falsch gestellt. Wie ich mal behaupte. von mir auf. So. Das dürfte ihm nichts ausmachen. Das gehört uns. Au. 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 Dankeschön. Komm. Gib mir das. Dankeschön. Oh. Wenn wir es hier noch weg bekommen können. Oh. Das wäre göttlich. Das wäre göttlich. Das heißt soviel bis nach da oben auch noch hin. Ähm. Das ist nicht gut dieser Weg. Der ist besser. Die da oben können wir weglassen. Die da hinten. Puh. Eigentlich eher weniger. Eigentlich eher weniger. So rum. Das sind normale Geschütztürme. Das heißt im Bestfall. So rum. Das könnte er vielleicht erreichen. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Und so überhin. Okay. Wir halten mal den Winkel. Halten wir mal so. Ja. 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 Nur keine Panik hier. Zack. Jetzt bist du nicht mehr geht es. Jetzt geht es nämlich wesentlich besser. Wie ich mal behaupte. So. Bitte alles drauf schießen. Dankeschön. Passt. Smokescreen. Alles so wie wir es brauchen. Alles genau so wie wir es brauchen. Von hinten können wir auch nicht herangehen. Ne. Wenn wir hier herangehen könnten wir von hier vielleicht getroffen werden. Von da. Von da. Von da. Von da. Ne. Mach mal einfach so. Lass mal so. Lass mal so wie es ist. Okay. Bauen wir noch jemanden. Nein. Ähm. Dich können wir noch upgraden. Was soll's. So wie wir momentan dran sind. Schaut sogar einer mal so schlecht aus für den Anfang. So. Aber auch. So jetzt bitte. Lassst du das ganze in Ruhe von mir. So bitteschön. Schießt. 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 Ich hab das bekommen ich. Ha ha. Nop. 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 Jetzt können wir das hier noch mitnehmen. Das hier noch mitnehmen. Aber ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin auf keinem Auge wahnsinnig. die dinge ist nämlich auch böse heißt dass man auch unten weg und schauen lieber dass wir das wäre so dass wir hier bekommen das ist die große frage suchen ist man eigentlich dass wir noch eine möglichkeit machen könnten bei nie dass das hier wieder im weg vergisst es forget it ist in keine häuser im weg das heißt wir müssen nicht den weg hier wählen und hier unten entlang fahren ist die große frage ob man das da hinten schaffen könnten hier entlang mit dieser vorausschalten und hier dann atelisch reinbomben das könnte vielleicht funktionieren ich habe ich habe jetzt zwei art ich habe zwei art fest ich habe zwar zu schicken also probieren was aus hat sich schuldig das ganze thema so wir können sogar noch mehr werden er aufgeladen so wunderbar noch mehr schüttel dem menschlein schon ganz schön her damit her damit ein bisschen nebel ist nicht schlecht man merke ich aber auch gar nicht machen welche überall anvisiert wäre ich probier's ja ich probier's ich probier's ich probier's wer ist denn mit dem hier noch ja das wäre jetzt nicht so gut überhaupt nicht gut sogar aber auch moment moment kann man gleich bombardieren dort waren auch hier das hier zusammen mit das hier nein hier bitte bitte einmal hier dann haben wir hier was die freuen ich brauche sowas von dringend mehr sach und dort und 40 bauern noch bisschen was man greift natürlich jetzt sagt noch hinten aber so ist Nichts gibt's, lass meine Leute nur So, ich bilde da rum, schießt alles ab Au, 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 au So hier, Reparatur die erste Reparatur die zweite Und Reparatur noch nicht ganz die dritte Was hab ich jetzt falsch gemacht? Achso, ich müsste Ja, ich müsste natürlich runterfahren So, wir haben nur Reparatur, wir haben nur Reparatur aus dem ganzen Zeug rausbekommen Wow, okay, das ist, das ist echt mies Ich glaube, ich bekomme ein bisschen was anderes aus, aber okay Ich kriege mal ein bisschen was in Reparatur aus Au, 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 au Lass mich hinruhe, lass mich hinruhe Schubidubidu So, hier, das nächste Reparatur-Kit, dankeschön Dann einmal hier hin Und bingo Swag screen, lass mich in Ruhe Dankeschön dafür Oh, meine Fresse Oh, meine Fresse So, wir lebendig nach unten kommen Ich hab, wir haben genug Feuerpower Das könnten wir also wirklich schaffen Smog screen Ja, danke Das einzige, was ich momentan so nicht brauchen kann, Smog screen Ich kann so nichts machen Ich kann so nichts machen Ja, komm, geh auf mich los, geh auf mich los Ja, geh auf mich los, alles ist gut Alles ist super, alles ist wunderbar Das nächste ist weg vom Fenster Das macht gar nichts Ich kann euch reparieren Ich kann euch reparieren Ich kann euch reparieren So, dann als nächstes Smog screen, wunderbar Oh, 130 Das heißt, dich upgraden Größere Reichweite, mehr schießen können Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht Mach bei dich nämlich eins nach vorne in der Reihe Und Smog screen an der Seite noch machen Puh, jetzt gib mir bitte Zeugsel Gib mir so viel Zeugsel, wie du mir nur geben kannst Reparaturen Ja, wunderbar Wollen wir noch, ob es was anderes Sollen wir noch nach links gehen? Wäre vielleicht noch eine Option, aber Puh, wir werden von hier wieder angegangen Bis zum Fall Ne, was soll's Lass uns bleiben Wenn wir nehmen jetzt alles mit, was mitnehmen können Schießen alles um Nimm alles mit Okay, ich hätte noch ein paar Ketten gewollt, aber Na gut, man kann nicht alles haben Man kann definitiv nicht alles haben Jetzt gucken wir doch mal Wie ist der Weg dorthin Das Ding ist ziemlich schnell abgeschossen Mit Dauerraketen reinjagen Das wäre der kürzeste Weg wahrscheinlich Eventuell auch der beste Ja, machen wir Wir probieren's aus Mehr als schief gehen kann's in dem Moment ja nicht Was wir noch machen könnten, wäre Den hier nach vorne stellen We're almost at the airport Buckle up, men Huch, hu, hu Huch, hu Das war der erste Diese war der erste Streich und nächste folgt zugleich, würde ich mal behaupten Okay, das heißt so viel wie Einmal umstrukturieren Dich nach vorne jagen Dich so jagen Ich würde mal behaupten Wir können hier oben wieder ein Smokeski machen Ein bisschen reparieren Okay, wir konnten ein Smokeski machen Verdammt noch eins Wie viel, ach, das wird sich auch wieder hinstellen Wow, okay Okay, das war Das war definitiv nichts so gedacht Nix wird hier geblaut Blaut hier nix ab Hier wird nix geblaut Hier wird überhaupt nix abgeblaut So, hier, zack, das nächste Und hier Nix mit Units gekillt Wir werden es hier durchstehen, meine Leute Wir werden es hier durchstehen Nein, sieh mal rein, gar nicht Sieh mal rein, gar nicht Mach ich doch gerade, mach ich doch mal Ich bin doch, ich bin doch dabei Ich bin so gut dabei, wie man nur dabei sein könnte Okay, das schaut gut aus Das schaut auch gut aus Und mehr möchte ich auch gar nicht Ich möchte einfach nur nach Hause Wunderbar, hier, zack, kommt das nächste Wow, ich bin, ich bin froh, dass die Mission ist so gelaufen ist Ach, er schießt noch da hinten, was soll's Egal Egal, wir haben es geschafft, das wollte ich noch Genau das wollte ich und nichts anderes Ach, diese Blutsauger Radar Station secured, ich spreche Station is secured I'm impressed 14 Great job out there Professor Sharp, we need as much intel from this as you can give us Believe me, General Ich gehe also gerade höchst, ich dauere noch heed Oh, mein ganzes Ich hab mir gesagt, dass die coefficient Schnell das war, ich bin mit dem Behnis und die Kräfer fatal aus .. ... ... Oh, mein. uğ ... Es hat推er ... Aber, hey! Top 2000, ich bin zufrieden mit der Welt. Ich bin zufrieden mit der Welt. Das heißt, in der nächsten Aufnahme-Runde geht es weiter mit der nächsten Mission. Bis dato aber hoffe ich viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei sein könntet. Macht's gut und wie immer, tschüss.